Das ist Pietro Mion. Und das ist Karin Asbeck. Im Wagner Expert Talk geht es heute um Quick-Click Smart Flex. Pietro, warum heißt der Smart Flex Smart Flex? Smart steht für unsere Smart-Produkt-Familie für Stahlrohrstühle, die um diesen besonderen Gleiter erweitert werden. Flex steht für flexibel. Der Smart Flex Gleiter hat ein bewegliches Köpfchen und passt sich bodenuninhalten flexibel an. Und das funktioniert dann genau wie? Der Smart Flex Gleiter wird einfach in das Stuhlrohr eingesteckt und kann sofort auf allen unempfindlichen und weichen Belegen eingesetzt werden. Ich wette, für unterschiedliche Bodenbelege im Innen- oder Außenbereich gibt es die passenden Filz- oder Kunststoffaufsitz. Wie immer beim Quick-Click-System. Richtig? Absolut, Karin. Ultrasoft, Hyper, Synor, Black, Extrem. Sag mal, Quick-Click bietet doch schon eine ganze Palette von großartigen Gelenkleitern an. Was unterscheidet Smart Flex von diesen? Der Smart Flex Gleiter besteht zu 100% aus Kunststoff. Klingt gut. Und was bedeutet das konkret? Dass dieser neue Gleiter bedenkenlos im Außenbereich eingesetzt werden kann. Denn es kann nichts rosten. Ah, verstehe. Ideal auch für Outdoor-Mobel. Und noch was. Der Smart Flex Gelenkleiter hat die Besonderheit, dass das Köpfchen Ihnen liegt. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch eine extrem unaufdringliche und ästhetische Lösung. Wenn Ihnen der Smart Flex auch so gut gefällt wie uns, dann kommen Sie doch einmal zu uns ins CityLab. Kontaktieren Sie uns für einen Besuch. Wir freuen uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.